Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst du es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre mein... Hm, die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Ein möglicher Vogel, ist das zu fassen? Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Okay. 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 Sauber t Want, das ist die Ladekatastrophe, nicht Carr prem Belgen. Ich fahre uns Network, der lebt nicht. Das war's für heute. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.